Hallo, ich bin Ralf Stoffel. Ich komme aus Azzermard. Ich habe heute den Ski Mold schon probiert. Ein super Produkt. Sehr schön, sehr ruhig und man braucht halt Muskeln immer. Man braucht es schon, aber es entlastet alles. Wirklich cool zu fahren. Perfekt. Mit dem, man kann viel länger fahren. Und ohne es, ja, nach einer größeren Sektion, die Muskeln sind bereits tot. So, ja. Aber jetzt ist es gut. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja.